Es steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Und so begann unsere Reise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Eisernen sind wahre Bestien! Wenn's so weiter geht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht! Was? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Harvel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Dann können wir uns die Schwertreue zugeschaut. Ich bin der, der 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 Beine hat. Ich muss mich so machen, der den dann zu Hause. Ich bin der, der die Schwertreue angelegt hat. Das ist das, was ich so machen kann. Ich muss mich so machen. Ich muss mich so machen. Ich muss mich so machen. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem, euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleibt nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Ihr Begrüßt! Benediktat. Gib acht. Gib der Löwe etwa acht, wenn er Hasen jagt. Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benediktat. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ein schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Ich bin noch nicht auf. Ich bin noch nicht auf. Und? Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Spürt ihr das auch? Die Tam. Die Darmeka wollten sich wohl nicht länger abschlafen lassen. Und seh an, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt! Spürt ihr? Die Darmeka. Spürt ihr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie empor lodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Weiter so! Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruhe dich nicht auf dein Lorbeerenhaus. Ich bin am Zug. Versuche meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rosfield! Oh, ich wünschte, ich wär noch so flink wie du. Gut. Merk dir, Clive. Verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Lass dich von den Schwingen des Phönix tragen. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend. Der sicherste Weg im Kampf nicht zu fallen ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen. Du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Deine Wunden werden sich sonst entzünden. Warum versuchst du nicht wieder zu Kräften zu kommen? Sehr gut. Lass dich während deines Kampfes niemals ablenken. Überleben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rosfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Los! Diesmal kriegst du ihn. Du schaust auf gleich. Bleib einfach ruhig. Dir scheint es ernst zu sein. Weiter so, Clive. Du schaust auf gleich. Dann muss ich mich ja nicht länger zurückhalten. Nicht schlecht. Los Clive! Heute noch vorn. Gleich geschafft! Ich glaub an dich! Du lernst wirklich verdammt schnell, Clayfrostfield. Du lernst wirklich verdammt schnell, Clayfrost. Gewonnen! Ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gaff dir da noch? Schwert er in die Hand! Joshua, es geht schon. Verschwendet eine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum... ...heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Vater ist da! Euer Gnaden, bitte! Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Laut Morroc? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Gehen wir, Jill. Gehen wir, Jill. Gehen wir, Jill. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück. Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater. Viel besser. Heute haben wir Clive beim Kämpfen zu gesehen. Tatsächlich. Heise, Toral. Aufhören. Hör auf. Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr. Euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten. Torgal. Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Ja. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Dass mir ja kein Kristall verloren geht. Hm? Hier, bitte. Äh, 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 äh. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn... Wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran. Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Ja. Die Pflicht ruft, mein Guter. So schön ruhig hier, oder? Da ist Joshua! Und ich werde dich beschützen. Immer. Ist das klar? Über die Kraft des Phönix verfügt nur Joshua. Nur er allein. Ihn darf nicht... Zustoßen! Ihr seid für... Viel Glück! Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lasst diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, so weit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Porti-Solde. Verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönix-Tor. Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen. Wie ist der Brauch verlangt? Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins sind der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönix-Tor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst. Damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. Vier Tage. Vielleicht fünf. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Thrones. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Erwin! Wo ich liebe es. Clive begleitet ihn. Trotz seiner jungen 15 Jahre ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz. Eine Schande für uns. Er ist kein Herz. So wie ich. Mein Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut, wenn du nicht selbst zu Media beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Es gibt bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild. Mit dem Segen des Phönix. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Gehen wir rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben Die Wildstämme sind furchtlos Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen Die kriegen wir schon Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht Mit Freuden, Milord Wie ihr befehlt Brechen wir auf Und möge das Licht der Kristalle uns segnen Ja, ich bin ja Ich bin ja, ich bin ja Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden acht. Ja, aber nicht nur den. In dieser Gegend hat man sie gesehen. 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 Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? In dieser Gegend hat man sie gesehen. Die Feuille hat alle vertrieben. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Vor uns liegt das alte Dorf von Stillwind. Oder was davon ist. Oder was davon übrig ist.